Enrico Caruso war ein italienischer Opernsänger. Er war der berühmteste Tenor der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und eine der bedeutendsten Figuren der Opernwelt. Leben Caruso stammte aus einer armen, kinderreichen Familie. Er war das dritte von sieben Kindern. Der Mythos von 18 Kindern seiner Eltern ist eindeutig widerlegt. Seine Mutter, die er über alles liebte, ermöglichte ihm eine Schulbildung. Schon als Kind sang er im Kirchenchor Knabenall, wobei seine Stimme dem Pfarrer sofort auffiel. Enrico studierte daraufhin Privatgesang bei lokalen Lehrern, ab 16 bei dem renommierten Lehrer Guglielmo Vergine. Dieser war angeblich nicht von einer großen Karriere Carusers überzeugt, unterrichtete ihn aber schließlich kostenlos, jedoch mit einem Knebelvertrag, der ihm 25 Prozent aller Einnahmen in den ersten fünf Jahren einer möglichen Karriere sicherte. Dagegen ging Caruso später juristisch vor und es kam zu einem Vergleich. Vergine war es auch, der Caruso wegen des besseren Klanges zur Änderung seines Vornamens von Enrico zu Enrico brachte. Ein weiterer Lehrer war Winken zu Lombardy. Caruso hatte sein erstes Engagement in seiner Heimatstadt Neapel, der er Zeit seines Lebens durch eine zwiespältige Liebe verbunden blieb. Da man ihm, seiner Ansicht nach, dort nicht die nötige Anerkennung zollte, in den vier Jahren nach seinem Debüt blieb seine Karriere unbeachtet. Erst mit der Partie des Loris bei der Premiere von Umberto Giordanos Oper Fedora begann Carusers unaufhaltsamer Aufstieg. Er kam nach Neapel zurück, wo die Society ihn im Theatro San Carlo aber noch immer als Gassenjungen betrachtete, der unter den Balkonen singt. Das vergaß er nie und schwur sich, nie wieder in Neapel zu singen, sondern lediglich zum Spaghetti-Essen wiederzukommen. Diesen Schwur hielt er Zeit lebens. Den endgültigen internationalen Durchbruch erlebte er erst 1903 an der Metropolitan Opera in New York im Rigoletto von Giuseppe Verdi. Indem er den Herzog sahen, selten bei einem Debüt, er musste eine Arie, La Donna Immobile, wiederholen. Sein Privatleben sorgte für Aufregung. Er lebte acht Jahre in wilder Ehe mit der Opernsängerin Ada Giacchetti, mit der er zwei Söhne hatte, Rodolfo und Enrico. Die Kinder sollen nach Hauptpersonen der Oper La Boheme benannt worden sein, in der sich die Eltern kennenlernten. Aus diesem Grund trug Enrico auch den Spitznamen Mimi. Ada verließ den oft untreuen Caruso. Sie floh mit dessen Chauffeur, woraufhin es zum Ikla und vielen Prozessen kam. Caruso lebte danach einige Zeit mit Adas Schwester Rina zusammen, ebenfalls Sängerin. Bis er zur Überraschung aller plötzlich die amerikanische Millionärs-Dochter Dorothy Park Benjamin heiratete. Mit dieser bekam er im Alter von 45 Jahren eine Tochter, Gloria. Aufgrund seines Reichtums war Caruso Ziel für die schwarze Hand, einen frühen Ableger der sizilianischen Mafia in den Vereinigten Staaten. Und entging in Kuba mit Glück einem Bombenattentat. Carusos Großzügigkeit war legendär. So beschenkte er beispielsweise in seinen erfolgreichsten Jahren an der Metropolitan Opera zu Weihnachten fast alle Mitarbeiter. Auch sein Humor war berühmt. Immer wieder nahm er sich Späße gegenüber seinen Bühnenkollegen heraus, nähte beispielsweise einen Ärmel eines Mantels zu. Den ein Kollege in La Boheme während der Aufführung anziehen musste oder füllte Wasser in einen abgelegten Hut. Den jemand in der Aufführung aufzusetzen hatte, zog sich Caruso durch eine Erkältung eine Rippenfellentzündung zu. Obwohl er während einer Vorstellung des Elisier Damore Blut zu husten begann und starke Schmerzen spürte. Wurde die Erkrankung nicht rechtzeitig entdeckt, einen Arzt zu konsultieren, verweigerte er zunächst. Die letzten Vorstellungen von die Jüdin von Halwi sang er stehend gestützt von seiner Partnerin, weil er sonst nicht hätte atmen können. Nach einem Zusammenbruch zu Weihnachten 1920 wurde er operiert und überlebte nur knapp. Er kehrte daraufhin zu einem Erholungsurlaub nach Italien zurück, wo er nach einigen Monaten unerwartet einen Rückfall erlitt. Im Hotel Vesuvio in Neapel starb er im Alter von 48 Jahren, bevor er sich auf den Weg nach Rom zu seinen Ärzten machen konnte. Caruso wurde in der königlichen Kirche San Francesco di Paola in Neapel aufgebahrt und in einem großen Trauerzug zum Cemeteryo del Pianto begleitet. Der König selbst öffnete die Kirche, in der zuvor nur königliche Hochzeiten, Taufen und Beerdigungen stattgefunden hatten, für Caruso. Bei der Beerdigung am 19. August 1921 säumten an die 100.000 Menschen Carusos letzten Weg. Freunde und gekrönte Häupter aus aller Welt waren anwesend. Die Gebäudefassaden längs des Leichenzuges waren mit schwarzen Tüchern verhängt, die Geschäfte in Neapel blieben geschlossen. 1929 erreichte Dorothy Caruso, dass der einbalsamierte Leichnam nicht mehr öffentlich besichtigt werden konnte. Seitdem ruhen die sterblichen Überreste des Sängers in einem prunkvollen Mausoleum hinter Marmor. Historisches Profil Caruso gilt heute in der Fachwelt als der großartigste Tenor aller Zeiten. Er wirkte unter anderem in den Uraufführungen von Fedora und La Fenzio Ladell West mit. Seine wohl berühmtesten Rollen waren der Cagno aus Leon Cavallos Pagliacci und der Radames aus Aida. Caruso, dessen Repertoire 67 auch der anspruchsvollsten Partien umfasste, war schon mit Mitte 20 ein Starr und sang in Mailand, Neapel, London und vor allem New York. In New York war er festes Mitglied des Ensembles der Metropolitan Opera, der er über viele Jahre die Treue hielt. Caruso war berühmt für seine warme, für einen Tenor sehr dunkle, baritonale Stimme und seine unübertroffene Bühnendarstellung. In einer Aufführung von La Boheme sang er für den plötzlich stimmlosen Bass die Arie, Vecchia Zemara, so überzeugend, dass es im Publikum niemand merkte und er die Arie später sogar aufnahm, das Volumen und die Weichheit seiner Stimme sind bis heute unerreicht. Sein Sänger-Vormand wurde mit 2800 Hertz festgestellt. Seine Partnerin Geraldine Farah berichtet, wie sie das erste Mal mit Caruso auf der Bühne stand und vergaß zu singen, weil sie über die Schönheit seines Gesangs in Tränen ausbrach. Lina Cavalieri fiel ihm auf offener Bühne um den Hals und küßte ihn aus Begeisterung so leidenschaftlich, dass dieser Kuss als der erste echte Bühnenkuss in die Annalen der Geschichte einging. Die, die ihn erlebt haben, beschrieben das Einsetzen seiner Stimme mit der warmen Macht einer Orgel. Caruso wollte unbedingt die Rolle des Rodolfo in La Boheme. Und so wurde von seinem Manager Karl Junkermann eine private Aufführung für Puccini arrangiert, der rief nach der Vorstellung aus. Wer hat sie mir bloß geschickt? Caruso begründete einen völlig neuen Gesangsstil, in dem er den Bell Canto der Anfangszeit hinter sich ließ und eine Art Verismus des Singens praktizierte. In dem nicht das schöne Abliefern an der Rampe im Vordergrund stand, sondern das Einswerden mit der dargestellten Figur. Nach ihm konnte niemand mehr zur alten Form des Singens zurückkehren. Bei seinen Gastspielen wurde Caruso mit Ehrenbezeugungen der gekrönten Häupter überhäuft. In Berlin sammelten sich 30.000 Menschen vor der Oper. Um Caruso für eine Minute zu sehen, Caruso war ein Großverdiener der Opernszene und der erste, der Stierkampfarenen mit seinem Gesang füllte. Caruso hält auch einen einsamen Rekord. In 17 Jahren, zwischen November 1903 und Dezember 1920 stand er 863 Mal auf der Bühne der Metropolitan Opera. Somit sang Caruso mehr Vorstellungen an der MET als an allen anderen Opernhäusern weltweit. Die Biografien, die über ihn geschrieben wurden, sind zahllos. Er hat die Schallplatte gemacht und die Schallplatte ihn. Caruso verband eine enge künstlerische Freundschaft mit Paolo Tosti und Giacomo Puccini, die viele ihrer Werke für ihn schrieben. Hochbegabt war Caruso auch als Karikaturist und Zeichner. Bekannt wurden die treffenden Karikaturen aus Carusos Hand. Caruso hat auch einige Lieder komponiert. Der Name und der Ruhm Carusos sind derart bedeutend, dass Caruso bis heute ein Synonym für Sänger ist, wohl die größte Ehrenbezeugung, die die Nachwelt einem Operndarsteller darbringen kann. Der italienische Sänger und Liedschreiber Lucio Dalla schuf 1986 eine moderne Hymne auf Caruso. Sein Lied mit dem Titel Caruso wurde von zahlreichen Künstlern interpretiert. Eine der berühmtesten Versionen sang Luciano Pavarotti. Allein diese Aufnahme verkaufte sich mehr als neun Millionen Mal. Aufnahmen Caruso hat insgesamt 498 Schallplattentitel aufgenommen, von denen allerdings einige unveröffentlicht blieben. Darunter sind nicht nur Opernarien, sondern auch viele Volkslieder, insbesondere O Sole Millionen, von Eduardo Di Capur, dem er zu Weltruhm verhalf. Es war Caruso, der durch seine Arbeit für LCA Victor den Siegeszug der Schallplatte initialisierte. Sein am 1. Februar 1904 für Victor aufgenommenes Vestila Giupa gilt mit über einer Million verkaufter Schallplatten seit der Veröffentlichung im Mai 1904 als erster Millionenseller der Schallplattenindustrie. Eine Komplettausgabe der Aufnahmen Caruso wurde zwischen 2000 und 2004 von Naxos veröffentlicht. Die Aufnahmen wurden von Wartmas Thurn, einem ausgewiesenen Spezialisten für die Restaurierung historischer Tonaufnahmen, in den korrekten Tempi abgespielt und sehr sorgfältig und ausgewogen restauriert. Eine schon rund zehn Jahre ältere Ausgabe, welche die meisten von Caruso's veröffentlichten Aufnahmen umfasst, ist die mit dem Non-Neus-Verfahren bearbeitete und dadurch stark entstellte 14-CD-Ausgabe von Bayer Records. 1999 unterlegte das Orchester des österreichischen Rundfunks die digital behutsam modernisierte Aufnahme der Stimme Caruso's mit einem modernen Orchester, so dass man ahnen kann, wie es klingen würde, könnte Caruso heute Aufnahmen machen. Das Caruso 2000 genannte Experiment ist unter Spezialisten und Gesangskennern umstritten. 2007 brachte die Enrico-Caruso-Agentur gemeinsam mit dem Pianisten Tommaso Farinetti eine neue Caruso-CD auf den Markt. Auf der der junge Pianist Farinetti Caruso virtuell begegnet und die Orchesterstimmen der Originalaufnahme durch eingesetzte Klavierbegleitung ersetzt. Die Aufnahmen wurden zum Unterschied der vorhergehenden Digitalaufnahmen in einem kleinen Konzertsaal aufgenommen und nicht künstlich mit Hall versehen. Das Ergebnis ist, dass Caruso's Stimme im Vordergrund steht. Die Spanne in der Klangqualität zwischen alter und neuer Aufnahme aber nicht ganz überwunden wird – Filmografie. Caruso wirkte im Jahr 1918 in zwei Stummfilmen mit, von denen nur noch einer in Kopie vorhanden ist. Der Film wurde in Europa ein Erfolg. Caruso's Nachwirken im Film Eine fiktive Fassung von Caruso's Leben wurde 1951 mit Mario Lanza in der Hauptrolle unter dem Titel Der große Caruso eher kitschig verfilmt. Der Film war in Italien wegen seines relativ frei erfundenen Inhalts verboten. Auch konnte Lanza mit seiner elektronisch verstärkten Stimme nie ernsthaft als Caruso-Darsteller betrachtet werden. In dem Film »Fitz Caraldo« von Werner Herzog mit Klaus Kinski in der Hauptrolle des »Fitz Caraldo« steht am Anfang ein Auftritt von Caruso in der Oper von Manaus, wo Caruso jedoch in Wirklichkeit niemals gesungen hat. Aufnahmen von durch Caruso interpretierte Arien stellen den Großteil der Filmmusik des Films »Matchpoint« von Woody Allen dar. Verschiedenes Enrico Caruso besaß eine bedeutende Sammlung von Goldmünzen, die nach seinem Tode am 28. Juni 1923 und folgende Tage durch das Auktionshaus C. und M. E. Canessa in Neapel versteigert wurde. Der Katalog hat 104 Seiten mit 1458 Losnummern und 64 Lichtdrucktafeln. Medaillenausgaben mit dem Bildnis von Caruso 1902 Medaille in Gold, Silber, Bronze, 52 mm Medailleur E. G. Diobonin-Schegner 1973 Medaille in Silber, 39 mm, 100 Jahr Feier seiner Geburt Medailleur TP 1973 Medaille in Gold, Silber, Bronze, 60 mm, gleicher Anlass Medailleur Bino Bini 1973 wie vorher, jedoch 40 mm 1973 Medailleur in Silber, 50 mm, gleicher Anlass Rückseite zeigt die Villa Bellos Cado Medailleur Bruno Catarzi 1973 Gussmedaille in Bronze, 120 mm Medailleur Bruno Catarzi Frederick M. E. G. M. E. M. E. M. F.